Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Scribble.io. Heute mit Mütze, Manna, Judith und mir. Genau, mit Dingsbinnik, hallo. So, gut, weiß ich nicht. Alles gut, alles gut. Judith, bestimmt, oh, oh, Philipp ist heute mal dran, was ist denn da los? Oh ja, das war ganz neu. Philipp ist dran. Ja, sonst ist immer Judith dran, wahrscheinlich war Philipp ein, oh, ähm, ach ja, ich muss ja hier schreiben, stimmt. Ähm, 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 noch hat Bier. Das ziehe ich ja auch gut. Hä, was ist denn das? Ah, nee, ah, doch. Ja. Jawohl. Sehr gut, sehr gut. Ein Tässchen Tee, der Herr. Und was ich mit Tee? Nee, ich hatte ja einen Kaffee. Oh Gott, jetzt kommt wieder was langes. Ähm. Kaffee Rettin. Kaffee Huck. Ist das was Jungfräu? Ja, manchmal bin ich mir bei, ah. Juh. Nein, fuck. Ähm. Nee, dann ist es ein, nee, oder? Nee, mit H. Ah, ja, doch. Nee. Ähm. Ja, das ist schon richtig, aber... Doch, ne? Ja, doch, wusste ich, ja. Egal. Ach, mit Tee, H. Yep. Egal. Mach gut, mach gut. Jetzt kommt's. Okay. Hätte euch klappen können. Hm. Hm. Technologie. Ah, ja. Nee, mit R? Nee, verdammt. Hm. Sonst hätte ich jetzt Ladebalken gesagt, aber... Sind das irgendwie zwei Wörter? Nee, nee, ist ein Wort. Die Maus sieht doch wunderschön aus. Ja. Sieht mal so nebenbei. Ähm. Mal jetzt nur den Rest so ein bisschen. Ja, 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 ja. Um was geht es jetzt nun genau? Um das Ganze? Oder... Das hier. Ja, das. Okay. Ähm. Was man da macht. Äh, nee. Ja. Ja. Manne. Das gibt's doch nicht. Ja, mit zwei R. Herunterladen. Ja. Ich wollte gerade Download schreiben, aber... Ja, ich bin ja... Ich bin ja auch noch. Aber Englisch haben wir nicht eingetippt, oder? Oder kann man ja Englisch hier reinschreiben? Ja, weiß ich gar nicht. Muss ich ehrlich sagen. Okay, wie mache ich das jetzt? Ähm... Machen wir mal so ähnlich. So, hier dann auch so mit Dingens, ne? Was wir gerade schon hatten. Mh. Und hier so... So, so eine schöne Maus. Und dann, ähm... Ne? Ein bisschen höher. So. Na, ein bisschen höher. Ja, alles gut. So, und hier dann... Ich mach's natürlich, weil ich hier keine Schleichtwerbung mache. Ja, okay. Sehr gut. Ah. Oh, toll. Wow. Geile Lupe. Ups. Ja, ne? Ja, gut. Jetzt muss ja nur noch Philipp. Also, ähm... Du weißt ja, was das hier ist. Dann kann man... Hier noch was reinschreiben. Und dann... Da draufklicken. Dann ist das eine... Ach so. Ja, das geht. Suchen. Ach, das geht nicht. Eine suchen. Ja. Merde. Ah, du bist ja dran. Oh. Verdammt. Irgendwann klappt es. Mhm. Na, Judith, weißt du schon? Nein. Handtasche, ist das Rote, es muss eine Handtasche sein. Ja, muss. Ah. Mann ist zu wissen. Oh. Wer ist denn das? Oh, wer wird das auch schon? Oh. Habe ich mit E geschrieben? Ah, okay. Ich habe mit E geschrieben. Wie immer. Ich weiß nicht, warum ich Virus immer mit E schreibe. Ich habe keine Ahnung. Virus. Ja, Marco, was macht ein Avira? Oder was ist ein Avira? Der ist voll Anti. Ja. Genau. Ja, aber gut. Sogar mit Regen. Oh, okay. 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 Ähm. Ähm. Oh. Oh, nee. Das ist ja. Oh. Hä? Das arme Viech. Ich reite auf den Krüppel. Guck mal. Aber es geht eher um das. Ah. Sehr gut. Das war nur Fertig. Ich kann das. Oh, nein. Na, schön. Also mit der Maus zu malen ist aber ziemlich schwierig. Es ist, ja, aber mit Tablet ist auch nicht viel besser. Also zumindest bei meinen Malkünsten. Jetzt kommt ein dickes Pferd. Ja, und wie? Ein dickes Pferd, ein Elefant, ja, ist auch gut. Okay. Ach, sein Baguette wieder. Ja, auf jeden Fall. Das ist was größer wird. Mhm, ja. War auch herrlich. Mann. Frau. Ja, ist ein bisschen komisch gemalt. Hast du recht. Ja. Ja gut, ich kann es auch nicht besser als von daher. Nee. Mann, das hattest du auch mal. Hatte ich auch mal. Ja. Daran kann ich mich nicht erinnern. Doch. Du hast aber anders gemalt. Also, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, weil das Bild hatte ich ja nicht. Nee. Nee, ähm, okay, das hattest du auch mal. Mhm. Ähm. Also, das Bild hattest du mal. Ja. Das sind jetzt irgendwie so. Hm? Tabak, genau. Nee. Also, ich hätte echt jetzt hier irgendwie an Zweifel gedacht. Ja. Ähm. Ähm. Ich weiß nicht. Ich hatte es mal. Habe ich es weggemacht, weil es mir nicht mehr gefallen hat? Nee. Habe ich es verschenkt? Da hatte ich mal. Ach so. Ach so meinst du das? Mhm. Alles klar. Dieses Bild zum Malen hatte ich mal. Alles klar. Ja. Ähm. Hm. Gut. Das sollte eigentlich recht leicht gehen. Oh, wieder Nullerrunde. Das gibt es einmal als so in etwa. und dann gibt's das auch nochmal in so nur runder, das sieht jetzt eher aus wie eine Brust da kann halt so Licht reinfallen ach ja, jetzt hab ich's eigentlich schon, genau ist sie konkav war sie brav, ist sie konvex, hatte sie Sex, das hat mir damals meine Lehrerin so erklärt, seitdem weiß ich den Unterschied jetzt hab ich's ja eigentlich schon verraten was ist denn das? ja gut, ja, naja das müsste natürlich gerader sein ja gut, naja, jetzt ist ja noch schlimmer eine konkav Linse und eine konvex Linse so eine Linse? Genau, die gibt's ja als konkav und konvex und so, ich glaube sogar noch mehr Formen das erkenne ich ja das erkenne ich ja das erkenne ich ja das erkenne ich ja Konkass und Konbass und was, was ist denn los mit dir? die hat auch geübt Judith hat geübt, Mann wie konntest du das wissen? er hat das noch nicht mal gemalt, das Armband nur, er hat auch Armband gibt's ja nicht Judith übt heimlich ja, na klar siehst du, sie gibt's auch noch zu hast du wieder ne diesmal kein Dessert ok mit A ich mach das mal aus zwei Bildern, ja? zwei Bildern, ein Wort jetzt wird's schwer fangen wir mal an ich hab jetzt mal ohne Hände, ja? mhm 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 großer Bauchnabel Brustwarze, auch so ein schreckliches Wort ach so, hätte ich auch ich hätte auch im braun meinen können, dass sie halt ew ah nee was ist denn los, Judith? ah, nee auch nicht ups ähm bist nah dran ich bin nah dran mhm alles war dafür Brusttasche, Brustbeutel Brust denkmal Anatomie Ah Brust Brust Anatomie? Brustanatomie? Brust achso, ja verstehe ja ok machen wir mal was Schönes zwischendurch. Ups, sorry. Genau, sowas. Machen wir mal ein bisschen warte mal, machen wir mal hier. Richtig schön. Jetzt wird's schön. So. Sag ruhig. Das war alles schon wieder. Das war mein Wecker. Ich hab keine Ahnung, warum der, wenn der Handy lautlos ist, trotzdem Lust bimmelt. So. Machen wir mal. Vier davon. Und dann, ja, ja gut, ist jetzt vielleicht nicht die richtige Farbe, aber also müsste eigentlich dunkelbrauner sein. Gibt's meistens bei Omi. Ja, sehr gut. Ja, dann könnte ich noch, ähm... Äh, Judith, mal ein anderes Wort für dein, äh, für dein Wort. Ein anderes Wort für dein Wort. Ein anderes Wort. Ja. Wie kann man kriegst du noch nennen? Nachspeise. Mit P. Hm. Ja, das ist so. Ah. Macht man zu Weihnachten, hätte ich gesagt. Nee, nee. Eigentlich sagt man hierbei gar nichts, ne? Eigentlich. Ja. Aber weil ich immer denke, dass meine Zeichnungen gar nicht erkannt werden können. Nein, das war aber gut. Cookies war doch, ne? Ja, 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 das war auf jeden Fall... War schon richtig, nur nicht... Aber siehst du, dass man das eigentlich nicht schreiben kann? Also könnte schon, aber... So, das ist ja nicht so lang. Alles wieder? Ach. Nee. Ich immer mit mein E. Was ist denn da los? Ja, mein Zahn. Wie süß. Ach so, okay. Ja, schön. Okay. Und wie heißt er? Justin, oder? Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Das Auge so... Ich kann nie sehen, wo ist meine Brille? Ähm. Kann man denn das nochmal? Also, es gibt's auch so. Mhm. Gibt's... Ups, ne? Gibt's... Ah! Hä? Irgendwas mit Zunge muss das doch sein. Nee, nee, nee. Ähm, ähm, nee. Ach nee, das U ist ein dritter Steller, zeigt er mir gerade. Ja, okay, okay. Ähm. Und dann? Ähm. Mit A, U. Maul halten? Ähm. Jetzt soll ich irgendwas im Hintergrund klimpern? Ja. Alles klar, bei dir ist es. Ähm. Hä? Wie soll ich denn das machen? Ich hab keine Ahnung. Das gibt es in der Form. Zahn? Kaugummi! Kaugummi. Achso, das sollte eine Blase sein. Ja. Ah, okay, okay, okay. Alles klar. Hättest du noch eine platzende Blase jemals? Ja. Wie meint man sowas? Platzig? Platzig. Ping. Ähm. Okay. Achso, ich wollte gerade fragen, war es das? Nö. Nö, noch nicht. Maul. Frau. Okay. Was? Ähm. Ach. Obst. Hm, okay. Der cheatet doch. Achso, wieso? Also, es ist auf jeden Fall schon mal etwas, was sich dreht. Richtig. Ach, ist das ein... Nee, der dreht sich ja nicht. Ein Frisbee. Ah, okay. Wäre ich aber auch gar nicht drauf gekommen. Ich auch. Oh. Gut. Alles klar, dann... So. Also, das ist ein R, ne? Also, kein V. Ach, nee. Mach' nie so was. Genau. Ich glaub, du findest es richtig. Mehr... Ja, klar. Mehr brauch' ich eigentlich nicht schreiben. Hm. Oder machen, oder? Naja, gut, okay. Ich kann hier auch nochmal... Oh, jetzt hat er hier außerhalb nicht geklickt. So. Klingt er hier noch. Ach. Ja. Jetzt, 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 jetzt. Ja, ja. Es steht sogar schon da. Quasi. Werd' ja mal so in... Ja. Genau. Okay. Ja, naja, nun, warum nicht, ne? So. Oh Gott. Ähm, machen wir mal so. Oh. 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 jawohl sehr schön was ist da los ich hab anders das ist gemeint also inliner ist ja mehr so eine Abkürzung wie nennt man inliner richtig halt da hingeschrieben nee aber wie nennt man die richtig weil inliner ist ja eigentlich nur eine Abkürzung für inline gates ja auch gut was sind Frauenschuhe du ich auch nicht mehr was nehm ich denn bin das letzte Mal gefahren da war ich glaube ich 14 15 keine Ahnung also letzte Woche sowieso mach ich denn nicht hier mein Standard ach wieder was Spitzes neee 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 ähm jetzt kommen wieder die Äpfel oder Tomaten ach und ne Tür mensch das wird ja alles gleich mitgenommen Spitz Käse Maus und Tür mit e als zweiten Buchstaben äh ja was 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 ist denn da los manche cheated äh manche sag ich schon Marco was ist denn los hier heute ähm ähm jetzt noch ein Baguette hinmalen sollen jetzt was größer wird ok im letzten Moment hm 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 ich hab keine Ahnung gewartet wo ein Zeug ist aber warum denn die Tür das ist verwirrt mich was ist denn das oh scheiße ich hab gar nicht na ist ja ähm ich überlege gerade was das ist ok hm hm sag's mir mal dann kann ich's dir vielleicht beschreiben hm ich weiß der ist alt ach so ja jetzt weiß ich wieder jetzt weiß es ok ja 95 Sekunden hast du noch also sind ganz viele mhm mhm ja ganz ganz viele ja noch mehr und kann man sowas machen und dann gibt's das so Moment so ähm und manchmal ist auch ein roter strich dran oder blauer oder weißer oder ok jetzt bin ich doch ein bisschen verwirrt ähm mhm und dann hat man halt äh ja haben wir haben wir noch nicht gezogen nein sowas hier neben stehen mhm 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 und dann Zahnseide okay mhm mhm Ach, Beizen, okay. Beizen, ach nee. Okay, Beizen habe ich aber auch ewig nicht mehr gehört. Ja. Musste ich jetzt überlegen. Okay, mal schauen, ob ich das so hinkriege. Machen wir mal hier so ein bisschen. Hallo, mal. So. Dann gibt es mir, warte mal, ich muss ja hier noch so was freilassen. Hallo, machen wir mal größer hier, was solltet. So. Hallo, Stift. So. So, ne, dann haben wir hier noch so, äh, bla, hallo. Ich drücke auf Braun und der macht Grau, alles klar. Haben wir hier noch so was Feines und so. Mit so ein bisschen Grün-Zeugs. Ich klicke auf Grün, er nimmt das nicht, so jetzt. So, ne, aber das ist jetzt hier nur nebenbei. Jetzt geht es nämlich hier drum. Ähm, in welcher, wie machen wir das jetzt am besten? Irgendwie. So, und dann, ähm, hier so Puff-Peng. Oh, Puff-Peng? Nein, ich kaputt bin da. Äh, mit I. Ich würde es auch wissen. Ihr wisst schon, was es ist? Also, ähm, Feuerwerk, nee. Es, ähm, also hier ist so, warte mal, hier ist Boden, ne? Das ist der Boden, hier ist jetzt durch dieses Ding ein Loch entstanden. Deswegen ja hier so überall so Puff-Peng, ne? Puff-Peng. Es fliegt ja, es fliegt ja in diese Richtung hier rein. Das Ding heißt aber eigentlich Granatentrichter, aber... Ne, 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 was ist das hier? Was ist das hier allgemein? Einschlag. Einschlag, äh, äh. Wir sind alle begeistert. Yay, Philipp hat gewonnen. Wuhu. Yeah. Das ist super. Yeah. Voll begeistert. Ja, Marco ist wieder traurig, weil er verloren hat. Loser. Ja, äh. Achso. Es freut mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch in Ordnung Spaß gemacht als uns. Nee, mir nicht. Danke. Das war dich mit Malle, Mütze, Juli und mir. Jawohl, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Was war das denn? Bist du auf deinem Meerschwein getreten, oder? Hab ich.